Die Galerie, die wurde im Oktober 2013 in Berlin eröffnet und daher rührt auch noch der Name. Dann sind wir mit einer zweiten Fiale oder Galerie an den Timmendorfer Strand gezogen und mittlerweile haben wir uns hier am Timmendorfer Strand vergrößert und in Berlin die Türen geschlossen. Hier ist eigentlich so meine Lieblingsgalerie in Deutschland. Wir sind ja in der Artbox Berlin im Timmendorfer Strand und seit drei Jahren habe ich hier die erste Ausstellung wieder. Alle neuen Werke haben etwas mit Botschaften zu tun, ob es Happy Go Lucky ist oder Love oder Money Never Sleeps. Diese Arbeiten sind auf Silber und auf Gold produziert und wir wollen heute einfach ein bisschen Showtime machen, so für die letzten drei Jahre, wo wir alle ein bisschen abstinent waren und heute wollen wir einfach hier Timmendorfer Strand rocken. Es ist wirklich die erste Veranstaltung jetzt seit drei Jahren, die wir hier in den Räumlichkeiten wieder stattfinden lassen. Mit Gästen, mit unseren Kunstfreunden und Sammlern und mit dem Künstler Devin Miles. Und das macht das so besonders. Lange nicht, endlich mal wieder. Und durch die ganzen Beschränkungen, ob es personmäßig war, man durfte dann kein Essen, keine Getränke ausschenken, da habe ich mich als Galeristin entschieden, so nicht, wenn dann richtig. Und jetzt ist der Zeitpunkt da, wo wir so richtig mal wieder die Kunst feiern können. Es gibt so viel Kunst, wie man es sich gar nicht vorstellen kann. Oder in Anführungsstriche Kunst, die vielleicht auch Dekoration sind. Aber ich versuche über die Nachhaltigkeit, ich benutze neue Medien, wie hochglanzpoliertes Aluminium, welches ich vergolden lasse. Ich habe vor 15 Jahren angefangen mit gebürstetem Aluminium. Jetzt ist es Edelstahl. Und so entwickelt man sich auch immer weiter. Und das ist eben halt für mich auch viel nachhaltiger. Meine persönlichen Highlights sind natürlich die, wo ich viel Herzblut bei habe. Das heißt, ein Kunstwerk entsteht ja nicht einfach so, sondern jedes Kunstwerk hat eine Geschichte. Jedes Kunstwerk hat eine Story, die ich versuche zu adaptieren und mein eigenes daraus zu machen. Und so sieht man es bei meinen Werken. Es sind immer Storys. Also es sind immer wieder Dinge, zum Beispiel hier, President Dead, Conorley Shot. Das hat was mit Marilyn Monroe zu tun. Das ist eben halt damals in Dallas passiert. Sie war die Geliebte von J.F. Kennedy. Und das ist selber eine Geschichte, die mich emotional mitgenommen hat. Und so übertrage ich das dann in meiner Kunst. Ich mache die Kunst für mich. Und jedes Werk, welches hier hängt, ist ein Kunstwerk von mir. Das ist meine Handarbeit. Und damit identifiziere ich mich. Und das ist, was mir gefällt. Vielen Dank.